so was machen wir hier jetzt 144 ich kann natürlich mit ihnen stehen bleiben die einzigen die mich hier treffen könnten werden die ich weiß nicht was heute normale ausweichen ist und bei 96 das ist natürlich ein bisschen gefährlich aber 40 und 40 das sind natürlich haben sind ja war mal so stark 127 er hat 101 ausweichen ja so aber aber nicht wenn ich live ausrüsten dann kriegt er mehr ausweichen so wie ich da verstehe wenn er angegriffen wird wenn er angegriffen wird da ist was ich hier machen werde ist ich mache den hier ich hoffe er wird wahrscheinlich aber zu anderen waffen wechseln okay entschuldigung warm hat er aber ich habe schon wieder voll vergessen sollte hier machen werde ist ich mache ihn ja so damit ihr mal schauen wir draußen bleibt so effektiven sachen bringt irgendwie echt nicht mehr und hat 27 hat schon wieder so einfach angefangen und dann kommt ja alles ist im bach runter gegangen ja du kannst uns los vor allem gleiche ja 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 das ganze schwach machen wir durch einmal ich sehe da nichts es fand sich 20 mit dem schwarzen ketten manchmal du bist ja wohl nicht 27 ein was ein bisschen auge aber ist okay also geben linden 44 23 erst noch nicht mal schnell genug sind hier los 44 aber es war ok war ja und hier noch reißen kann ist er noch aber aber war sie weg denken sich da oben da war ein bisschen hier was mit ihr reißen das aber was ich gehen ja halt machen vielleicht ja wir gehen da wieder nichts für erfahrung runter aber genug und ab jetzt bei der plan 20 der dp macht 37 38 28 ok ist in ordnung einmal ganz mal für dich was ich machen muss es eigentlich nur die magier aus dem weg räumen irgendwann bewegen wo ich in sicherheit bin ne ich mache sie natürlich natürlich sagt mir doch da ja die magia vor allem der eigene krieger lanzen aber gibt es nicht vielleicht schon wieder nicht reicht ja damit ich da kontern kann sagen wir dann noch einer von den magiern üblich ist dann ist der kopf auch aus was wir können denn da schön stellen lassen hat dann die ganzen gegner laden locken direkt so cool das war eigentlich noch die leute hier alle außen zur reichweite packen ich packe mal hierhin wenn es eigentlich nur nach oben packen hier einen hoch ich meine er ist jetzt der einzige der ihn noch treffen kann ich will ihm wahrscheinlich da kann aber ich dich da durchgehend genau okay wir lassen ihn hier stehen sondern da du der einzige reichweite von anderen leuten ist wenn man sich noch ein bisschen schwächen so ist es eigentlich nur noch er in reichweite von wieso ist er ein reich war aber er passiert hat naja er kann ja noch gar nicht treffen wir können aber nicht hier vorbei wir schaden machten die ja menge 15 jetzt im rapier wechsel dann mache ich wahrscheinlich wieder gar keinen schaden da nehmen wir die eisensilber groß dann ist der eisensilber die selber großland zwei nicht was noch 40 muss gar keinen schaden cool da muss ich dahin er trifft mich da so hätte ich fertig machen sehr gute chancen und ich meine ich komme ja auch anlocken stirbt ja nicht mit glaube ich nicht mal verdoppelt oder so ne ok da kommen wir ja vielleicht alles hier klappen so wie ich mir vorstelle naja ich habe das dann du hast eine kette schon gesagt ich hätte mir gar nicht das dann ja 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 ich komme ich komme nicht herum ne ne die blöden kommen wollen wir schon wieder ne ne zudem sie sollte mich eigentlich gar nicht treffen ich bin ich habe hier früh in erinnerung ich ein angriff einleitet oder weiß in ordnung aua hey was geht ja meine stimmt delikat ja so eine verzerrten konter nein alter seiner ersten bewegte aber gerade nach guckte sie waren noch gar nicht in der lage zu kontern ich habe es doch voll gesehen gerade ok was haben wir schon mit einer der ersten leute ich bewegt habe doch gerade nachgeguckt wird doch nicht gedoppelt krieger kotzen warte mal wegen dings hier weil hat ja schwergearbeit krisen naja den kirchner jetzt nicht dauern ja jetzt in 30 31 jahre kipps da wieder nicht mann 30 natürlich ist das wieder zu heftig weil sie wird von 1 ja gedoppelte aber da kann ich auch nicht aus dass man dann kriegt sie ja mehr schaden ein aber warum ist diese situation der gerade so das ist ja nicht man muss den ja losgehen ich bin auch weniger los meine herren irgendwie den jahr kriegen jetzt muss ich den wir irgendwie erledigt kriegen ja den kriegst kaputt ja dass ich mal sehen der kriegst du nicht so haben wir deine p es gäbe nichts auf den nerven mann schaden macht die ja mein gott der wird die noch nie im leben treffen war er wird sogar nicht gedoppelt von dem dieb gibt es nicht er wird von dem dieb nicht gibt es ja nicht ja wenn man sich platt wenn wir gleich hier alles machen ja auch haben wir dich platt und so ein level ab ab na du machst das hier ja du kriegst dir den hervor ja ja jetzt haben wir getroffen ja 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 mal bei ihnen auch nicht wie soll ich funktioniert doch so ist hier hin du bleibst hier mit sich ja bis nicht auf ihn losgelangen aber guck mal 37 166 fahrt und dumm ist es ja eigentlich 23 ich habe den schaden guckt der eigentlich freien den linden den schaden aushalten würde sie hat ja auch so man ja mal hier auf er wird jetzt die ganze zeit von den blöden hilfsleuten ja getroffen davon nervig ist ja wenn natürlich von allen gruppen jenen als wenn der magier weg ist dann ist das schon als okay ach viel schaden da habe ich auch zu wenig leute da auf der seite hat ja das tor war eine flinste frau unter meinen linken überlebt hat jetzt ein alter knacker die einzige gefahr trifft das war ich nur den erledigen wenn es zwei kopf relativ sicher aber auch in so als feuer garantiert für da mir gefällt diese situation gar nicht hier die solchen hier schon wieder rauskomme da bin ich ja relativ sicher ich glaube nicht ich muss diese assistenten leute hier bekommen weil die können die ganze zeit hier ihn treffen aber nicht mit ihm hier sicher ich glaube nicht mehr also wenn ich vielleicht hier ding sein jetzt machen wir am ende die situation jetzt schon wieder nicht cool wir sind viel zu viele leute sehe ich gerade ja wir sind zu viele leute aber 37 34 ich kann ich meine hier sind zu viele leute mal nichts was sie ja nicht erleben könnte vielleicht zu viele leute man mache ich mir schwer wer micha ja jeder hat micha ja er hat den tänzer du hast den tänzer da lässt sich doch schon was machen so ich muss dich erledigen weil ich die einzige person die seda hier die zeit kapierer gefächs ein könnte so der ist in sicherheit ja er wird hier die ganze zeit nur von den assistenzleuten getroffen so als würde ich am liebsten auch hier diese ganzen leute die er über 60 schaden machen wir kommen er kommt hier nicht raus ich will am liebsten ja rausgehen aber es geht glaube ich nicht weil wir sind jetzt leute warten wenn ich ihn ja wache wenn ich ihn ja wache dann ausweichen 183 er wird gar nicht mehr getroffen wenn die beiden es irgendwie schaffen ja hat ja alles zu tanken konnte man zu wenig schaden man könnte etwas werden na komm mal wieder schön im gebüsch ist das ist nicht toll ich kann einmal einen garantierten karriere jeden am kern der war jetzt nicht so notwendig so was mit dir du machst mir wahrscheinlich wieder voll viel schaden das yep w ich Awards w doch naja war ich eigentlich sowohl einfach erst mal naja I'm a enya John dann war es mal ddr aber nur so sie wird immer noch getroffen moment warum muss ich gar nicht ich war eigentlich mich jetzt einsetzen so zum heilen aber aber ich wahrscheinlich trotzdem ansetzen müssen aber ich habe eine bessere idee wenn man den ja so also ganz wahrscheinlich mal jemanden kaputt perfekt genau die leute will ich ja kaputt ich muss mal gucken ich glaube nicht dass ich mit dem getanze jemanden erreichen werde nämlich hat sich hatte ich platt 60 schaden typen könnte man ja schön weglassen ich habe so viele ablehnen muss man über ja gerade ja ja muss noch die beiden hier wegpusten wenn ich kaputt aber mit k ja noch nicht eigentlich außer wir brauchen wir brauchen sie nicht wirklich außer wenn wir sie brauchen vielleicht brauche ich einfach nur weil ich nicht weiß was ich sonst machen soll irgendwie sie aber überall nicht in sicherheit doch da deswegen habe ich noch gemacht hier war ja ich kann das bindnis einsetzen aber manchmal ab hier ab ja kann einfach mit nichts treffen der typ frauen ein kollege dann war mal den ja und dann bin ich immer noch nicht in sicherheit oder abwehr 19 26 okay das heißt okay alles okay ich meine er wird sowieso nicht in das von verteidigen 14 dann macht er 22 schaden naja jetzt genau so sie ist in sicherheit wenn er liebsten damit sie tanzen aber geht nicht weil so wird einfach nein wenn wir so liegen damit kaputt zu hauen okay funktioniert irgendwie trifft er trotzdem hundert prozent sagen wir sollten eigentlich überleben er bekommt jetzt die ganze zeit von dem blöden assistent schlägen erschienen bräuchten vorgibt jemanden vorgibt ich habe kaya kann einige von euch bitte nicht treffen ich muss nicht eigentlich wir müssen nicht alle treffen okay so ein ausweichen mal wenn es geht wohl danke lange mich jetzt nicht zwei angreifen ist okay ich glaube da sind mehr leute es kommt da oben noch mehr leute ich tun die jetzt alle ein kreisen ich habe gedacht hat irgendjemand auf die meere losgeht naja ich glaube es ist ein kreuzbayer von jemand anderem aber mein gott jemand geht mal auf ihn los wenn ins gesicht ich muss mich einsetzen aber sehr gut aber ihr macht keinen schaden dagegen cool okay zeigt auf in jones zeit auf hier müssen vorgibt oder so einsetzen hat jemand geht auf sie los kommt nicht da vorbei naja komm schon mal ich dachte ich will sicher hey die situation da oben ich kriegte gerade nicht hin war überall ist ja wieder gerade alles erledigt ich habe eine andere idee könnte es vielleicht bringen soll ich verplaßen ich bin jetzt bist du da bist du st bist du bist ja sie kriegt ihr wieder nicht dauer mein gott 2 ap ok warte mal das war nicht gut oh mein gott warte außer blöden blöden die wahl hat durch krieg ich wieder hin mit 1 2 ap ein gott das gibt es jetzt nicht mal fragen ist die einzige die ja nicht überlebt macht man nicht dem block hier da reicht natürlich wieder nicht war ich fast nicht erkennt wird mir auch nicht helfen warum uns hier extra jetzt wieder zwei drei züge zurückgehen für diese situation ja dann gehen wir im ganz zurück mal gerne sehen was da oben ist so ne dann gehen wir ganz hier zurück geben also was lassen wir die hier sagen jetzt weil ich weiß dass hier kein blöder dach ist noch mal je weiter jetzt schon wieder zurück sind ich weiß nicht ob die schon direkt auf mich zukommen wenn da vielleicht noch ein bisschen warten ach cool also habe ich schon wieder weiter nicht die ersten minuten ja voll verschwendet welche dann ist bei mir alle hier gibt es da nicht mal dann will ich erst mal sehen wir im nächsten zug mal vielleicht bleiben wir erst mal da und schön ein bisschen da und 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 ja gerne tanzen wir vielleicht damit die schüler werden eigentlich protection ersetzen können egal ich kann man einfach so erledigen ok ganz schön ich habe dich vorhin ohne schaden zu erleiden ja jetzt wird jetzt mal jemand ihr machen im ersten zug vielleicht schön sauer erst mal dann vielleicht sind ja auch nur wieder da hingekommen weil ich schon wieder hier die produziert haben weiß man ja nicht noch mal der passiert heibert geht das war ich nicht gedoppelt kann es mir schon wieder so an hatte ich ja schon wieder 56 hier gespielt habe dann wieder wie die kamen gar nicht mal zu ich war wer hat hier viel einfacher machen als eigentlich boah ok hey das kann man jetzt mal sonst noch ein paar von dem kümmern stadt schon wieder die gesamte kollegschaft sagt wer wird es ein bisschen einfacher machen ein bisschen wie frei bleibt neuen musik das ist der denn 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 Oh, fuck. Oh, fuck. danke hier kommen einige diebe aber die ihn treffen können das ist nicht dass die nicht auf mich loskommen durch nicht getriggert habe es gibt es wieder nicht natürlich auch was sieben schaden warum sind die die wir so stark aber was strategiert mir eigentlich gefallen ja ha ha meine gegner treffen auch die ganze zeit damit aber ein bisschen es kann ja nicht ja ich würde ganz ziel kopf dahinten haben immer ein bisschen support hinpacken und machen wir ihn ja einfach so ich würde ich mal gerne und dann sie auch haben wir sind mehr kontrollier was machst du gegen den zweiten auch ein schiff benutzen ok aber geht da ins feuer reich er geht in zwei reichen sehr gut zehn punkte schaden ja sehe ich auch gerade erst wie viele leute ich habe viele leute ja schon wieder sind ja im moment das war einfach erst mal wieder alle hier weg ich war ein paar punkte mit euch mein versuch ist wer sagt man sagt man sagt man sagt man kann sich ausgeladen ausgezahlt der suche hat sich ausgezahlt mein gott und ich habe für jeden treffer dingens bekommen sehr geil das ist mir so wenig jetzt hier mit aus so gut okay vielleicht ist sie auch so gut weil sie verbunden ist und der flusskampf level gibt da habe ich mich schon lange zeit lang gewundert bekommt sie dann wenn sie auf level 20 ist noch mal fünf grad punkte fünf grads level ist ja noch eine unsichtbare 25 alles was ich jetzt hier machen muss ist dafür sorgen dass zell koffi ist weil die kann ich nicht treffen weil das sind beritten der magier die bekommen nicht so ein bonus so lang bogen ja vielleicht habe ich ja glücklich kriegt dich irgendwie angelockt kommst du denn er machst du überhaupt im platten dann packen wir dich hier hin und dann wirklich niemand treffen problem gelöst wieso blödsinn dafür loszugehen dann weiß ich auch nicht so was kann ich mich hier auf fokussieren und zwar selber lanzen typen da ich bin am liebsten wieder einpacken obwohl so ein sperr so lang das lang schwer okay das kommt dann hier also okay alles cool jetzt bewegen die sich cool also nicht cool das gegenteil von cool was war dann stimmen wir einfach heraus natürlich bin ich normal warum warum ja noch mehr schaden aber mein gott jetzt habe ich den schweres klinik okay ja stärkung ehrlich ja also okay jetzt sind wir jetzt ein bisschen aufgeteilt alter ich benutze die macht um das ding auf dich zu werfen so selbst die schützen wir retten und schützen treffen wir nicht die zu ihnen kaputt nein meine wird irgendwie in der lage sein die zu doppeln so als die blöde ist die band gleich alle hoch gehalten hätte stärken da kann man auch keinen verstärkungs truppen was ich sehr gut finde sag mal hier dann kann ich mich einfach so dann kann ich mir einfach so vorknüpfen wenn leider nicht mehr so sicher ja sagt man doch das ich kann mich nicht eben platzieren ich blatt war ja weniger man muss ich war getötet so eine qua weniger für zu kauf hier war mir sei jetzt am doppel weit weit ach weil die vergiftet sind ich meine dass man kann nachhoffen lassen und wenn den laufgang erreichen okay warum ist jetzt nicht mehr schnell genug um die typ zu erledigen und sie ist wahrscheinlich mit einem schlag weg ja da habe ich dir lieber hier so lange wir verkacken die ich habe voll im weg ja ich war mir nehmen wir schon wieder alles so hat gibt es dich mit einer junge fängt schon längst mich mal an hier witzig zu sein und ich mache euch hier so abglocken geht nicht cool okay wenn ich den wir machen ich mache mal den ja mit dem miniatur oben warum hast du eine ausweich mit 123 da reicht aber okay was aber eben so die haben wir ja abgehalten ich muss dich erledigen du erreichst mir gerade viel zu viele leute machen wir schon wieder hier ja nä ich werde jetzt hier nicht gerade richtig zusammenrechnen einfach mal ein bisschen frei jetzt hat hier brainstorming ich kann es natürlich nicht dastehen lassen es ist so schnell genug natürlich sehen ja ein tanz ja schon wieder alles ändern kann sie sind 15 sehr cool dann sollte ich mir gedanken machen wir ja so ins finale team so kommt aber ich muss dich erlebigen überlebt er hat mit einer pd hat schon wieder mit einer pd kriegt krise hat man kann es denn du machen ok sie ist überhaupt nicht in sicherheit man kann es nur in dem schlimmsten falle machen auf wen kannst du alles losgehen 30 31 du kannst eigentlich niemanden hier töten ganz niemand töten ok du kannst auf sie losgehen muss einen schaden zwei schaden also auf sie losgehen aber du bist nicht doppelt ganz auf ihn losgehen wenn sie nicht doppeln ok wird überleben ich meine bevor wir mit ihr gar nichts zu tun haben wenn sie daneben ist sie tot b w w w w w w w w ja nämlich aber sie wird davon die perke doppelte 25 einzige was ich machen kann es glaube ich eher vielleicht nicht da vielleicht ja ah hd wenn sie aber wahrscheinlich schon wer macht so schön die aufmerksamkeit von ihm ablenken ja guck mal hier ist aber gar nicht mehr getroffen da kommen wir mal wieder abläuft ich weiß gesagt nicht schlecht nicht aus der reichweite von dem gegen den magen da unten weiß ich auch schon was ich machen soll einfach abschießen mit mit oh mein gott das gibt es jetzt nicht man müssten sie auf einmal so schwach sie wollte sie bleibt gar nichts naja ok 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 so kann ich sie als voll spät bewegt weil er in dahin geschubst hat